Es war eine tolle Zeit an der Mahlstation in der Brunnenstraße in Stolzenwölz. Auch für den Kunstkater Mowgli und den Künstler und Schiko. Aber auch für die Teilnehmer aus nahe und fern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es wurden schöne Kunstwerke gemalt. Und so ging auch dieses tolle Kunstprojekt am 31. August 2019 zu Ende. Es wäre schön, wenn diese Idee Nachahmer finden würde. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020